Funny, freaky, voll verrückt, die Mad Hats sind los. Augen im Hinterkopf und Reißzähne auf der Stirn? Die Mad Hats werden mit jeder Umdrehung verrückter. Die drei Monsterköpfe, Brain Biter, Horn Crusher und Scar Tooth verziehen sich zu immer neuen Gruselfratzen. Nur mit Geduld, Konzentration und logischem Denken könnt ihr sie wieder in Ordnung bringen. Zuerst müssen die Köpfe ordentlich durcheinander gebracht werden. Und dann heißt es Knobeln, Knobeln, Knobeln. Jedes Teil muss am Ende am richtigen Platz sein, sonst hat Brain Biter ein schiefes Grinsen oder Horn Crusher sein eigenes Horn in der Nase. Die Mad Hats sind ein klassischer Knobelspaß mit cooler Aufmachung. Wer mit den Gruselköpfen spielt, fördert Ausdauer, räumliches Denken und die Kombinationsgabe. Durch ihr handliches Format und die stabile Verarbeitung sind die Mad Hats auch perfekt für unterwegs geeignet. Mad Hats, der Knobelspaß mit Köpfchen. Natürlich von Hoop & Friends.